Moin Leute, was geht damit? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Im heutigen Video werde ich euch eine neue Methode zeigen, um gratis V-Bugs in Fortnite zu bekommen. Das Ganze funktioniert mal wieder heute über eine geheime Secret Kreativ-Modus-Map, wo wir einfach Codes bekommen und durch diese Codes könnt ihr quasi gratis V-Bugs bekommen. Das Ganze Leute funktioniert wieder über genau diesen Map-Code 051250113655V2. Dann einfach erstmal ganz normal in die Map reingehen. By the way, wenn du heute neu auf meinem Kanal gestoßen bist und du kein einziges Video mehr verpassen willst, dann abonniere gerne diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Lasst doch gerne ein Like da, falls es euch wieder gefallen sollte. Und jetzt Freunde, würde ich sagen, gehen wir auf einen Spannsmann-Money-Map rein. Kommentiert gerne noch in den Kommentaren, was ihr diese Season noch erreichen wollt. Ich möchte noch Level 200 werden. Und jetzt sind wir schon im Map drin, Leute. Jetzt müssen wir, wie gesagt, einfach das Game starten. By the way, Freunde, die Map wird immer aktualisiert. Heißt, es können immer neue Codes kommen, wenn es bei euch gar keine Codes gerade drinstehen. Wir müssen jetzt einfach genau dieses Objekt oder dieses Haus hier markieren. Das schwarze Haus. Ihr holt einfach jetzt hier den Quäbler auf Entspannt und geht einfach jetzt zu dieser Markierung, ja. Ihr seht, das ist meine Markierung da vorne. Deswegen gehen wir einfach da hin. So. Das Haus befindet sich ungefähr hier irgendwo. Ihr müsst dafür jetzt einfach genau da hochgehen auf jeden Fall. So, nicht runterfliegen. Und jetzt währenddessen hier draufschwingen, habt ihr gesehen, ist schon eine blaue Effektmarkierung gekommen. Das heißt, wir bekommen hier auf jeden Fall schon mal irgendwas. Jetzt müsst ihr einfach das hier abbauen. Und dort drin ist dann quasi der Secret Room. So, Freunde. Wie ihr seht, aktualisiert sich das Ganze immer erneut. Also immer, wenn ihr die Map neu startet, kommen quasi immer andere Codes. So war es bei mir gerade auch. Ich war gerade schon mal in der Map drin. Dann war nur ein PSN-Code. Jetzt ist gerade ein Xbox-Code drin. Probiert das Ganze mal aus, Freunde. Ob diese Codes auf jeden Fall funktionieren. Ich habe leider keine PSN und leider keinen Xbox. Deswegen kann ich das Ganze nicht ausprobieren. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr nice Sache. Die Codes gehen real-talk. Die werden immer gewechselt vom Map-Besteller. Sehr coole Sache, Freunde. Probiert das Ganze, wie gesagt, aus. Schreibt mal in die Kommentare, ob es funktioniert, Leute. Das Video dient natürlich nur zur Unterhaltung, Freunde. Ich weiß nicht zu 100% ob die Codes gehen. Aber viele sagen, die Codes würden funktionieren. Deswegen meinten noch meine drohen Abonnenten. Die soll mein Video dazu machen. Und jetzt, Leute, würde ich sagen, danke für's Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video oder Stream. Schaut gerne bei Twitch vorbei. Da hast du mich daily und jetzt, Freunde, danke für's Zuschauen. Tschö mali. 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 Tschö mali.